Viele Händler wünschen sich auf dem Marktplatz Ebay mehr Wachstum und mehr Umsatz. Doch viele stellen sich die Frage, warum geht der Umsatz zurück, warum gehen die Verkäufe zurück, was genau mache ich falsch auf dem Marktplatz? Ich möchte dir anhand einiger Kennzahlen zeigen, auf die du achten solltest, um hier langfristig auf dem Marktplatz Ebay mehr Umsatz zu generieren und langfristig Wachstum zu schaffen. Viel Spaß bei diesem Video! Ja Freunde, wie angesprochen geht es heute um den Marktplatz Ebay und um Wachstum, um hier langfristig erfolgreich zu sein, um hohe Umsätze zu erwirtschaften und wie gesagt langfristig auf dem Marktplatz Ebay zu verkaufen. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, welche Umsätze welcher Marktplatz generiert. Ebay ist hier natürlich nicht auf Platz 1. Platz 1 sind die Top-Marktplätze meiner Meinung nach im Moment Amazon und Otto. Falls du dieses Video nicht gesehen hast, ich habe hier meine Umsätze gezeigt, die ich im vierten Quartal letzten Jahres erwirtschaften konnte, guck es dir gerne hier oben in der Infobox an oder auch gerne unten in der Videobeschreibung. Ansonsten alle Informationen auch zu diesem Video findest du unten in der Videobeschreibung, sowie alle Links. Falls du Fragen hast schon mal vorab, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich gehe so schnell wie möglich darauf ein und versuche dir zu helfen. Falls du neu dabei bist, gerne abonnieren. Falls dir das Video gefällt, auch einen Daumen hoch nach oben setzen. Bevor wir uns den Kennzahlen einmal widmen, möchte ich etwas ganz Prinzipielles sagen. Egal auf welchem Marktplatz und hier insbesondere Ebay, läuft der Verkauf nicht passiv. Ich weiß, manche stellen ihre Produkte online und warten, bis die ersten Verkäufe generiert werden. Und das ist ja auch nicht falsch. Nur du musst verstehen, wenn sich ein Produkt nicht verkauft, dann musst du reagieren, dann musst du agieren und da musst du aktiv werden. Das bedeutet, richtigen Wachstum, richtige Umsätze erzielst du nur durch aktives Verkaufen. Du musst es dir wie auf einem Bazar vorstellen, wo früher die Marktschreier einfach nur die Kunden zu sich gerufen haben. So in der Art ist es auch auf dem Marktplatz Ebay heute noch. Das bedeutet, du musst immer mal schauen, was genau passiert hier auf dem Marktplatz. Ist vielleicht der Verkäufer neben mir günstiger? Warum kaufen alle bei ihm? Das bedeutet, mach Analysen, mach die Vergleiche mit dem Wettbewerb. Bedeutet, erstens, versuche immer den Preis relativ günstig zu halten. Natürlich kannst du nicht bis ins Endliche nach unten gehen, dennoch musst du gucken, dass du preislich immer super bist. Versuche Angebote, die lange Zeit nicht angeklickt wurden, irgendwann mal zu aktualisieren. Das bedeutet, mal an der Angebotsbeschreibung was verändern. Und im besten Fall beendest du das ganze Angebot und stellst es neu ein. Weil neu eingestellte Produkte werden meist immer ganz nach oben positioniert und haben somit viel mehr Erfolg hier auf neue Verkäufe. Und sobald dein Produkt ein bisschen verkauft wurde, das bedeutet, einige Verkäufe passiert sind, rutschst du automatisch immer nach oben, weil das der Algorithmus von Ebay sieht. Dieses Produkt ist interessant, deswegen müssen wir es nach oben schieben. Das sind schon mal die speziellen Dinge. Dann versuche immer zu diversifizieren, bedeutet auch mal Produkte aus anderen Kategorien online zu stellen oder generell Produkte neu online zu stellen, die du vielleicht immer wieder neu in dein Sortiment hineinnimmst. Und das versuchen kontinuierlich Monat für Monat 1, 2 Artikel online zu stellen. Somit merkt der Algorithmus, dass hier Wachstum passiert. Hier werden neue Artikel online gestellt und somit werden auch alte, bestehende Angebote, die vielleicht ein bisschen eingeschlafen sind, nach oben gerückt und so weiterverkauft. Das sind schon mal die ersten Punkte. So, lasst uns mal den Kennzahlen widmen. Welche Kennzahlen finden wir denn hier auf dem Marktplatz Ebay? Wenn ihr bei euch im Verkäufer Cockpit Pro seid, geht ihr hier auf Performance und Zusammenfassung. Dann gelangt ihr hier zu dieser Übersicht. Und zwar ist hier diese Business Performance, die hier die letzten 31 Tage zeigt. Das Diagramm ist jetzt nicht unbedingt sehr aussagekräftig. Wir haben hier eine Zusammenfassung der Verkäufe von heute, wo ich 0 stehen habe. Ja, ihr seht, da fehlt es noch an Wachstum. Und wir haben die letzten 7 Tage, 31 Tage, 90 Tage, also ein Quartal und für ein ganzes Jahr. Wir werden das Ganze gleich ein bisschen detaillierter uns anschauen. Dementsprechend gehen wir hier Schritt für Schritt durch. Hier links habt ihr übrigens eine Zusammenfassung, die für die Performance relevant sind. Und deswegen solltet ihr da auch einen Blick drauf werfen, dass das Ganze auch beachtet wird. Und wir gehen jetzt gleich diese Schritte für Schritt durch, um hier zu gucken, was genau ist denn für die Performance entscheidend. Ich habe übrigens auch schon mal Videos gemacht, die auch über verschiedene Marktplätze natürlich gelten oder für verschiedene Marktplätze gelten, um hier langfristig Wachstum und Erfolg zu generieren. Das kannst du dir auch gerne anschauen, oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Meine 5 Tipps, um mehr Umsatz zu erwirtschaften. Schau es dir unbedingt an. Es geht hier weiter mit der Zusammenfassung. Wir haben hier, wie gesagt, den Umsatz, die Verkaufskosten, was an Ebay, an Gebühren fließt. Im Moment sind es bei mir 22% vom Gesamtumsatz. Das ist natürlich sehr, sehr hoch. Was das Ganze natürlich hier zusammen, wie die Zusammenstellung dafür ist, finden wir gleich in den detaillierten Angaben. Ihr seht aber hier schon ziemlich gut alles aufstrukturiert. Dann haben wir den Traffic, der auch schon mittlerweile jetzt zurückgeht, wie ich sehe, um 11%. Und vieles weitere, den Service-Status sollte man auch beachten. Seht ihr hier, Top-Bewertung habe ich Stand jetzt. Doch auch das sollte man immer im Blick haben, denn das kann sich sehr, sehr schnell ändern. Wenn wir schon beim Service-Status sind, schauen wir uns mal den Service-Status von mir aktuell an. Ich bin Top-Bewertungs-Status. Das bedeutet, den höchsten Bewertungs-Status, den man hier bei Ebay erlangen kann, habe ich erlangt. Das sah bei mir vor einem Jahr schon ganz anders aus. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Schau es dir gerne unten in der Videobeschreibung an. Da bin ich nämlich auf überdurchschnittlich gerutscht, was immer noch gut ist. Dennoch ist Top-Bewertung immer besser. Und ihr seht hier das Ausrufezeichen, dass hier schon irgendwas kritisch aussieht. Also hier dürfen wir nicht über 3% an Quote, nicht fristgemäß verschickter Artikel rutschen. Und bei mir sind es leider schon wieder einige. 27 von über 1200 Transaktionen sind nicht rechtzeitig verschickt. Ihr könnt oftmals nichts dafür. Wenn ihr mit irgendeinem Versanddienstleister versendet, dann geht es manchmal schief auf dem Weg. Und wenn das natürlich den prozentualen Anteil hier überschreitet, dann habt ihr schon wieder Probleme mit dem Service-Status. Ich habe dazu ein ausführliches Video gemacht. Wie gesagt, schaust ihr unten in der Videobeschreibung an oder auch hier wieder in der Infobox oben. Da gebe ich auch Tipps, wie ihr zum Beispiel nicht rechtzeitig verschickte Artikel gegensteuern könnt. Wie ihr das Ebay nachlegen könnt oder belegen könnt, dass ihr es rechtzeitig verschickt habt und hier der Versanddienstleister im Grunde genommen nicht der Aufgabe nachgekommen ist. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar dem Umsatz. Der Umsatz ist sehr wichtig, diesen im Blick zu behalten und natürlich auch alle anderen Indizien und Kriterien, die hier wichtig sind. Wir schauen uns mal hier die Kennzahlen an und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, den Umsatz auf heute, diesen Monat, letzten Monat, dieses Quartal oder dieses Jahr zu beschränken. Ich mache mal dieses Jahr, was schon eingeblendet ist. Ihr seht es hier, ihr könnt das hier nicht sehen bei mir, aber ich kann es hier anklicken, dieses Jahr und dann Bericht erstellen. So, nachdem ich jetzt die Identität hier bestätigt habe, hat er mir nochmal hier einen aktuellen Bericht rausgeworfen. Der aktuelle Bericht ist von Januar 2024 bis 9. April, wo ich das Video jetzt aufnehme, aufstrukturiert. Das sind 99 Tage und er setzt es im Vergleich zum letzten Jahr 2023, genau den Zeitraum. So, und wenn wir das Ganze mal hier uns anschauen, dann sehen wir, ich habe über 50% Umsatzsteigerung geschafft zum vergangenen Jahr und das sind über 45.000 Euro, die hier an Umsatz erwirtschaftet sind seit Januar dieses Jahres. So, nach Abzug aller Kosten sind wir hier bei einem Gesamtumsatz nach Kosten von 35.632 Euro. Das sind auch wieder mal 45% über dem vergleichbaren vorherigen Zeitraum. Verkaufskosten sind über 9.000 Euro gewesen in diesem Jahr, da es sind über 20% des Gesamtumsatzes. Es ist viel tatsächlich, jedoch müssen wir das in Kauf nehmen, um hier bei Ebay den Wachstum anzukurbeln. Und ein Stückchen weiter unten sehen wir weitere Kennzahlen, die uns Aufschlüsselung geben, wie genau denn hier die Zusammenfassung der Umsätze und Kosten entstehen. So, alle Umsätze, wie gesagt, über 45.000 Euro, das sind über 51% zum vorherigen Zeitraum. Und wir haben hier dann die Möglichkeit, hier auf die Reiter zu drücken, wie zum Beispiel Anzeigenumsatz. Anzeigenumsatz ist natürlich ein ganz besonderes Indiz darauf, was verkauft wird und wie verkauft wird. Wir haben hier organischen Umsatz und wir haben Anzeigenumsatz. Und dann haben wir das mit der Linie zum vorherigen Zeitraum. So, wir sehen hier, organischer Umsatz hält sich wirklich in Grenzen, auch bei mir tatsächlich. Und zwar dominiert hier natürlich der Anzeigenumsatz. Und Anzeigenumsatz, damit ist gemeint, dass ihr auf jedes Angebot Anzeigen schalten solltet, denn sonst wird euer Produkt mit dem Wettbewerb untergehen. Das bedeutet, der Wettbewerb schaltet selbstverständlich Anzeigen, anders geht es mittlerweile bei Ebay nicht. Aber der organische Umsatz wird trotzdem generiert und hat natürlich dann dementsprechend eine höhere Position, wenn ihr Anzeigen schaltet. Nicht alles wird über Anzeigen verkauft, auch organisch wird einiges verkauft, wie ihr seht. Dennoch ist das Anzeigen sehr, sehr wichtig. Im vergangenen Zeitraum haben wir hier über Anzeigen über 144% mehr Umsatz erwirtschaften können. Und das ist gar nicht so unrelevant, muss man wirklich sagen. Und wir haben noch Umsatz mit Aktionsangeboten. Das bedeutet, irgendwelche Aktionen, wie zum Beispiel Preisvorschläge und andere Aktionen können hier relevant sein. Bei mir sind es, wie gesagt, nur Verkäufe ohne Preisvorschläge. Ich mache da keine Preisvorschläge. Dementsprechend sehen wir hier nichts weiteres angezeigt. Kommen wir nun zum Traffic. Das ist der nächste Punkt hier in der Leiste links. Und hier ist das Ganze auch natürlich sehr, sehr wichtig, den Traffic zu beachten. Ich habe jetzt mal auch den vergangenen Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis März, 30. März 2024 gewählt. Leider zeigt er natürlich das Ganze im Vergleich zum letzten Quartal an, also Oktober bis Dezember. Das ist natürlich die Weihnachtssaison und hier ist das natürlich schwer zur Relation zu setzen, da es hier natürlich vermehrt Traffic ist und viel, viel mehr Verkäufe generiert werden. Dennoch muss ich sagen, zum vergangenen Zeitraum haben wir hier nur 8% weniger gemacht an Impressionen und zwar knapp 30 Millionen Impressionen. Impressionen ist immer dann, wenn ein Angebot angeblendet wird und muss nicht unbedingt aufgerufen werden. Aber wir sehen, ca. 10% der Impressionen werden auch angeklickt. Das bedeutet hier knapp 30.000 Klicks wurden generiert. Das sind aber leider nur 35% weniger, aber wie gesagt zum Vergleichszeitraum Weihnachtsgeschäft. Deswegen sollte man das hier gar nicht so stark beachten. Wichtiger ist natürlich viel, viel mehr solche Kennzahlen wie organische Impressionen und Impressionen durch Anzeigen. Und ihr seht, welche kleine Rolle die organischen Impressionen eigentlich spielen. Bedeutet, dass Ebay natürlich weiterhin eure Angebote auch anzeigt, auch wenn ihr keine Anzeigen schaltet. Nur, verhältnismäßig ist das so gering, ihr seht, der blaue Streifen hier bei dem Diagramm sind die organischen Impressionen und der grüne sind die Anzeigen. Und das spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle, das Ganze hier über Anzeigen zu machen. Ihr seht hier, der organische Wachstum steigt langsam, wobei es hier zur Relation gar nicht so groß mit Anzeigen ist. Bedeutet, es ist wichtig einfach immer Anzeigen zu schalten und ihr werdet automatisch auch die organischen Anzeigen ankurbeln damit. Der Kunde muss nicht unbedingt immer über die organischen Sachen kaufen und wir sehen hier anhand der Seitenaufrufe können wir einfach auch sehen, wann werden die Seiten aufgerufen. Wir haben hier zusätzlich noch externe Seitenaufrufe, bedeutet, dass über externe Quellen wie zum Beispiel Google Suche oder irgendwelche Preisvergleichsportale hier geklickt wird und dann schlussendlich auf euer Angebot gelangt der Kunde und der Käufer. Und hier sehen wir, hier spielt auf einmal gar nicht mehr so groß die Rolle die Anzeigen. Anzeigen, ja, Anzeigen sind ja die zu bezahlten Angebote oder bezahlten Anzeigen somit, damit der Kunde das sieht. Die blauen sind die organischen und das andere ist extern. Und ihr seht, es ist sehr gut verteilt, also jeweils ein Drittel fast schon gesagt und somit ist das eigentlich gar nicht so unrelevant, das Ganze hier mit Anzeigen zu versehen. So, verkaufte Stückzahl, ja, wir sehen hier, was wurde über organische Verkäufe generiert und über Anzeigen. Und auch hier seht ihr, das meiste ist natürlich über Anzeigen, aber die organischen Verkäufe sind auch sehr, sehr gut gelaufen, auch wenn ich meine ganzen Angebote über die Organ- oder über Anzeigen geschaltet habe. Sehr, sehr wichtig, das Ganze hier zu beachten. So, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar ist das hier eBay-Status. eBay-Status bedeutet eBay Plus. Ihr könnt eBay Plus anbieten, wenn ihr gewisse Voraussetzungen erfüllt. Dazu habe ich auch bereits Videos gemacht, schaut sie euch auch an. Wie gesagt, das sind alles Indizien und Kennzahlen, aber auch Serviceleistungen, die relevant sind, um hier bei eBay mehr zu verkaufen und besser angezeigt zu werden. Kommen wir zum letzten Punkt hier in der Liste und zwar den Service-Statistiken. Das ist auch wichtig und zwar bei Anfragen wegen nicht erhaltener Artikel. Da ist es nämlich so, dass ihr hier mit der Konkurrenz verglichen werdet, wie ihr damit umgeht, beziehungsweise in welchen Situationen eure Artikel nicht rechtzeitig ankommen. Und hier könnt ihr sehen, zu eurem Wettbewerb, wie steht ihr, seid ihr hier relativ hoch und das bedeutet schlecht in dem Sinne oder seid ihr relativ niedrig. Um das Ganze zu reduzieren, gibt es bewährte Vorgehensweisen, wie ihr seht, hier Sendungsnummer hochladen, rechtzeitig verschicken und den richtigen Service wählen. Das ist wichtig, schaut es euch im Detail nochmal an. Soviel gesagt zu den einzelnen Kennzahlen. Solltet ihr hier noch Fragen zu haben, gerne unten in der Kommentarfunktion eine Frage stellen. Ich gehe, wie gesagt, so schnell wie möglich darauf ein. Ansonsten alle Informationen unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst und den Kanal abonnierst. Und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Erfolg weiterhin und alles Gute. Ciao.